Wir wollen Alophage sein, dass wir diese Geschichte nicht manipulieren. Für mich fing das Interesse an Geschichte an, als ich ein Teenager war. Da habe ich an einem Geschichtswettbewerb teilgenommen in Deutschland. Das hatte noch nichts mit Frankreich zu tun, aber mit lokaler Geschichte. Was ist an meinem Ort? Ich komme aus Magdeburg, also früher DDR, heute Ostdeutschland. Was ist da passiert? Dann war ich natürlich bei einem Schüleraustausch. Deutsch-Französisch, Deutsch-Israelisch, Deutsch-Belgisch. Auch da spielte Geschichte immer irgendwie eine Rolle. Und dann bin ich als Freiwilliger der Aktionssühnezeichen Friedensdienste nach Israel gegangen und habe dann in Yad Vashem gearbeitet und in einem Frauenhaus mit Kindern und Jugendlichen, die von zu Hause mit ihren Müttern weggelaufen sind. Aber dieses Engagement als Freiwilliger in einer Holocaust-Gedenkstätte hat mich auf diesen Weg gebracht, auch dann Geschichte zu studieren und Politikwissenschaften zu studieren, selber Geschichtsprojekte, Forschungsprojekte vor vielen Jahren mal zu verfolgen. Und das hat mich bis heute eigentlich begleitet. Ma meilleure amie que j'ai connue quand j'avais 10 ans, son père a été abandonné. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était juif. Ses parents, ses vrais parents, ses parents biologiques sont partis. C'était au moment de la rafle du Valdiv. Il a été adopté en pleine guerre. Et aujourd'hui, sa famille est là, il est là. Mais voilà, c'est une histoire qui m'a évidemment beaucoup marqué dans mon parcours. In den deutsch-französischen Beziehungen erklärt sich das von selber. Wir hatten viel zu viele Kriege zwischen Deutschland und Frankreich. Und wenn wir nicht transparent mit Erinnerungen umgehen, wenn wir nicht ehrlich in den Rückspiegel schauen, dann ist das Risiko deutlich höher, diese Zusammenarbeit zerbröselt, zerbrechlich wird. Und das wollen wir nicht. La Shoah, c'est complètement un autre sujet. Et c'est un sujet qui est arrivé beaucoup plus tardivement, de manière consciente, dans nos sociétés. J'étais à ce moment-là, moi, très petite. Mais je me souviens très bien du choc qu'a provoqué le feuilleton américain qui s'appelait Shoah, qui a été diffusé absolument partout, sur la prise en compte de ce qu'était la Shoah, qui était à peu près au même moment que Claude Lanzmann a sorti le film Shoah. Il y a eu un moment où il y a eu une forme de prise en compte collective, et c'est beaucoup plus tard que ce qu'on peut imaginer. On est plutôt dans les années 70, en fait. Pour nous, en DFJW, c'est un très particulier, c'est le couple franco allemand, c'est l'Épare Claesvelde, avec Serge et Beate Claesvelde. C'est l'Épare, c'est l'Épare, c'est l'Épare. C'est l'Épare qu'il s'appelait. C'est l'Épare et c'est l'Épare que l'Épare de la conférence. Also sie sind eine Inspiration und, wenn man so will, Helden für uns heute auch in ihrem Engagement gegen Antisemitismus. In vielen Gruppen und Milieus ohne jeden Zweifel, aber nicht ausreichend. Das betrifft aber Antisemitismus genauso wie Rassismus allgemein. Hass oder auch Radikalisierungsprozesse wurde und wird zu stark unterschätzt, aber da gibt es auch starke Gegenbewegungen. Und insofern ist es auch für einen Akteur wie das Deutsch-Französische Jugendwerk natürlich wichtig, dass wir jene, die sich engagieren möchten gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, dabei unterstützen, befähigen, fort- und weiterbildung anbieten, neu entwickeln und nie nachlassen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Demokratie und Menschenrechte eben keine Selbstverständlichkeit sind. Pour aller de l'avant, on doit savoir qui on est et de quoi on est fait. C'est très difficile de se construire quand on n'a pas assimilé son histoire familiale. Je pense qu'il est indispensable, que nos deux pays regardent leur histoire en face et la rafle du Velle-Vivre est là pour nous rappeler que, voilà, les Français doivent regarder leur histoire en face, à la fois individuellement et collectivement. Et c'est comme ça qu'on va vers l'avenir. Eine Ausschreibung, Klammer auf Werbeblock, Klammer zu, eine Ausschreibung, die wir gerade für Schulen in Deutschland und Frankreich veröffentlicht haben, für bilaterale, für deutsch-französische Jugendbegegnungen. Die heißt Werkstatt der Erinnerung, Atelier de mémoire, wo es darum geht, Schülerinnen und Schüler zu Gedenkstätten besuchen, zu pädagogisch begleiteten Seminartagen an Erinnerungsorten in Deutschland und Frankreich zu unterstützen. Während der Pandemie waren viele Gedenkstätten geschlossen oder Schulfahrten wurden abgesagt, auch Schulaustausche, wie wir wissen. Und angesichts des nach wie vor virulenten Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Geschichtsleugnung, Desinformationen, ist es für uns wichtig, dass wir junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, dazu motivieren, an solche Erinnerungsorte zu gehen. On a fait récemment une rencontre entre des jeunes Français, Allemands d'Azerbaïdjan et d'Arménie, à Strasbourg. Or, ces jeunes gens qui étaient là, leur pays ont vécu la guerre il y a cinq ans. C'est rien, c'est absolument rien. Et il y avait dans ces jeunes gens vraiment une volonté d'aller de l'avant, une volonté de se réconcilier, mais une vraie volonté de se parler aussi. On a vu à l'occasion de cette rencontre qu'il y a des mots qui provoquent encore beaucoup d'émotion, parce qu'ils se réfèrent à des lieux, à des endroits pour lesquels c'est très compliqué. En tout cas, on a vu à la fois le besoin d'assimiler, d'avoir cette mémoire et de la confronter au regard de l'autre, puisque entre les Arméniens et les Erbaïdjans c'est le cas, et aussi d'aller de l'avant. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant. C'est le cas, c'est le cas, c'est-à-dire que l'on connaît. und ehrlich mit, wie man sagen möchte, negativer Geschichte umzugehen. Denn das muss unser Ziel sein in Demokratien und damit auch für das DFJW, dass wir dazu beitragen, dass wir transparent und offen mit der Innungskultur umgehen. Wir sperren, dass diese Krieg erstarrt wird. Und dass wir, tatsächlich, wir könnten auch ein Räumen spielen. Es ist, dass wir, zum Beispiel, wir haben einen in den Balkans, in den Balkans, in den vielen Konflikken, wo wir hatten eine Aktie, wir haben eine Aktie, der 20e Anniversary, der unsere Aktie in den Balkans, die letzte Malte. Und wir sehen, da, die Expertise der Lofage, in terms, justement, der acquisition des processus de paix, der Zusammenarbeit, der sozialen Wettbewerber, des Jeunes ensemble et de ce que cela peut faire pour construire le futur. Nous vivons en Europe.